Rundinvaders Red Rundinvaders Version Auch von Akinta Die Trophäen sind bei dem Spiel gleich Hier haben wir noch die Red Version Die werden wir jetzt hier auch Dementsprechend mal Platinieren Schießen wir erstmal hier alles über den Haufen Ich habe das Ding jetzt einfach mal direkt angehauen Ich mache jetzt hier mal eine kleine Platin quasi Da ich einfach mal davon ausgehe Dass es recht Gleich ist Was die Trophäen zwischen der Normal Version und der Red Version ist Sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich es gleich sehen Ich habe jetzt einfach gedacht Komm, mach es mal einfach hier ein bisschen Plant Platin wie gesagt Und gehe einfach mal wie gesagt von aus Dass es halt so ist wie bei der anderen Version halt auch Wir müssen halt ein Level hier abschließen Ohne die Raketen zu verwenden Ja, das haben wir jetzt in den ersten beiden Level gemacht Dann habe ich auch Raketen hier angewandt Ja, da zack zack Und ich denke mal Wir müssen uns wahrscheinlich auch wieder hier sterben lassen Am Ende So, Buffon 2 haben wir schon 82% Leute Das sieht doch schon mal recht gut aus Ich mache jetzt mal noch ein bisschen weiter Bis wir genug Prozent haben Dann lasse ich mich sterben Und ja, ich denke mal Dann haben wir auch schon die Platin Also ihr seht Das ist eigentlich nichts anderes Im Prinzip wie bei der normalen Version Round Invaders Wie gesagt, könnt ihr auch im PSN Store kaufen Für die PS4 kostet 2,99 Und da ist auf jeden Fall die Platin genauso Wie bei dem anderen Round Invaders Wie gesagt, es ist jetzt halt nur Ein anderer Spieleentwickler Akinta Kennen wir auch mittlerweile Die haben jetzt auch schon das ein oder andere Spiel hier rausgebracht Ja, und die haben jetzt hier auch hier Round Invaders rausgebracht Obwohl wir das eigentlich schon kennen Wie gesagt Hatten wir auch letztens Hatten wir Round Invaders rush Ja So, hier haben wir Buffon 3 91% Und da bin ich Game Over 100% Und da ist die begehrte Platin Marotte Heißt das Ding hier Ja Leute, dann war es das schon wieder von mir Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Wenn euch das Ganze gefallen hat Liken, kommentieren Und wenn das noch nicht getan habt Abonnieren, Glocke aktivieren Damit ihr auch keine Videos mehr verpasst Bis zum nächsten Mal Macht's gut Und Servus Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal